Heute geht es wieder um den Budsurfer mit der Funktion Sprache zu Text. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, naja, die Funktion kenne ich schon, aber ich habe wieder einen Bonus mit reingepackt und was sich dahinter verbirgt und wie wir das Ganze anwenden, schauen wir uns nach dem Intro an. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe jetzt meinen Audio-Clip hier in der Timeline liegen und ich habe die Audio-Datei auch hier in der BIN liegen. Bevor wir das Ganze anfangen, müssen wir unseren Budsurfer natürlich starten. Die Installation erkläre ich jetzt nicht, da gibt es jetzt schon mehrere Videos dazu, sondern wir machen einfach das Paneel auf, in dem klicke ich hier in die Suche rein und hier habe ich es jetzt schon angezeigt und ich klicke das jetzt an und dann dauert zum Moment und dann mache dieses Paneel auf. Wenn das Paneel offen ist, kann ich das hier klein machen, mehr brauche ich da nicht. Jetzt kann ich auf meinen Audio-Clip gehen, rechte Maustaste und dann steht hier Speed to Text, also Sprache zu Text und dann habe ich hier schon Sachen hinterlegt, die ich angelegt habe. Und hier unter Edit Language, hier können wir jetzt die Sprache auswählen, die wir brauchen. Wir stellen uns jetzt mal vor, ich bräuchte jetzt Italienisch, dann klicke ich hier auf Edit Language, dann dauert es im Moment, dann macht ein Fenster auf, dann kommt dieses Fenster hier, ich ziehe das mal in die Mitte und hier können wir jetzt die Sprache auswählen, die wir brauchen. Ich gehe jetzt mal hier runter zu Italienisch und das habe ich jetzt hier, dann klicke ich das an und jetzt gehe ich auf OK zum nächsten Schritt. Dann kommt dieses kleine Fenster, in diesem kleinen Fenster wird jetzt noch gefragt, ob hier noch das Resultat, also dann auch noch in Englisch verfasst werden soll. Ich sage hier Nein und sage OK. Dann kommt ein weiteres Fenster, hier heißt es jetzt Bin oder Timeline. Das bedeutet, wenn ich den Vorgang starten möchte, möchte ich ihn aus der Bin starten oder aus der Timeline. Ich persönlich bevorzuge, wie ich es ja immer sage, aus der Bin, also lasse ich das so Bin und sage OK und dann hat man dieses letzte kleine Fenster. Hier werde ich jetzt gefragt, welchen Namen ich vergeben möchte. Ich lasse es jetzt mal bei Italien und sage einfach OK. Und somit ist jetzt hier in meinem Paneel steht jetzt hier drin Italien. Das ist gehakt und ich kann diese Sprache verwenden. Ich mache es jetzt mal kleiner und jetzt gehe ich auf den Audio Clip, rechte Maustaste, Sprache zu Text und jetzt steht hier mit drin Italien. Das wähle ich jetzt aus und dann wird in italienisch untertitelt. Und jetzt sehen wir auch hier in meinem Ordner, wo der Originalton hinterlegt ist, habe ich jetzt eine Textdatei und die wurde auch in die Binde reingelegt. Und jetzt kann ich diesen Text hier nehmen und ziehen wir hier oben drüber und jetzt steht das Ganze in Italienisch da. Ob die italienische Sprache dann wirklich so richtig ist, das kann ich selber nicht beurteilen. Und da gehe ich eher davon aus, dass Englisch und Deutsch relativ gut übersetzt werden. Bei den anderen Sprachen ist es eher fraglich. Aber ich denke mal, wenn ein Italiener sich das in Italienisch übersetzen lassen möchte, ist es so einfacher, weil man eben nicht den ganzen Text schreiben muss, sondern eben nur vielleicht die Wörter, die falsch verstanden worden sind oder übersetzt worden sind, dann korrigieren muss. Und jetzt kommen wir zu der Sache, dass wir das Skript anpassen. Wir kommen jetzt dazu, dass wir das Skript anpassen. Und ich habe es jetzt einfach mal belassen, wenn ich hier rechte Maustaste auf meinen Audioclip gebe, dann steht hier immer noch Italien. Und das verwende ich weiter, weil ich kann dieses Skript ja verwenden, indem ich das einfach überschreibe, muss ich es nicht nochmal neu anlegen. Dazu gehe ich jetzt wieder in mein Panel rein. Und als erstes, was ich jetzt mache, ist, ich klicke hier das Paneel an, rechte Maustaste. Und dann kann ich hier das Paneel bearbeiten und so weiter. Und ich kann auch sagen hier Rename. Das bedeutet, dass ich jetzt den Namen ändern kann. Und ich sage jetzt einfach mal, ich nenne das jetzt drei Sprachen. Dann sage ich hier OK. Jetzt hat das Skript den Namen drei Sprachen bekommen und es muss jetzt noch angepasst werden. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen hier auf dieses hier einen Doppelklick. Da macht im Normalfall ein Notepad auf. Aber ich sage jetzt ganz ehrlich, das brauchen wir nicht, denn es gibt auch noch eine feinere Lösung. Und zwar, wir nehmen den Budsurfer und gehen hier auf Advanced. Und dann sagen wir jetzt hier oben einmal Reload. Jetzt steht hier drei Sprachen herinnen. Da klicke ich jetzt einmal drauf und dann habe ich hier das Skript. Das Skript ist natürlich jetzt in dem Sinne falsch. Und in meiner Videobeschreibung könnt ihr jetzt den ersten Teil des Skripts kopieren. Alles, was jetzt hier blau hinterlegt ist, müsst ihr rauskopieren. Wenn ihr das rauskopiert habt, ich mache das jetzt hier. Das ist genau dasselbe, was ihr euch jetzt auch rauskopiert. Ich sage hier Steuerung und C kopieren. Dann gehe ich hier in mein Budsurfer-Panel rein und Steuerung und A, dass ich alles hier markiere und sage Steuerung und V einführen. Denn hier oben steht Italien und das stimmt ja nicht. Wir müssen das Ganze überschreiben. Jetzt habe ich das alles überschrieben und sage einmal Speichern. Jetzt sehen wir, jetzt ist hier unten, sind diese drei Zeilen. Diese drei Zeilen besagen jetzt hier, dass der Text in Deutsch übersetzt wird. Also wir schauen jetzt mal hier in der ersten Zeile steht jetzt ganz hinten temp-file und dann steht hier unterstrich de.wave. Und das möchte ich jetzt in einer anderen Sprache dann später haben. Dann muss ich das abändern. Genauso ist es in der zweiten Zeile. Steht hier auch noch mal temp-file wave. Und da steht auch hier unterstrich de.wave. Da muss ich auch das de dann gegen die Sprache, die ich haben möchte, austauschen. Genauso ist es ganz am Ende. Hier steht noch mal de unter Language und dann in der vierten Zeile steht das Ganze noch mal. Deutsch möchte ich ja haben. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen noch eine andere Sprache dazu. Dann kopiere ich mir diese drei Zeilen. Steuerung C kopieren. Dann mache ich eine Leerzeile rein und sage Steuerung und V einfügen. Jetzt habe ich das ein weiteres Mal eingefügt. Und jetzt ändere ich diese Endungen hier ab. Also hier steht unterstrich de.wave. Hier mache ich jetzt zum Beispiel für Italien it. Dann gehe ich in die zweite Zeile. Hier steht auch noch mal de. Hier ändere ich auch wieder auf it. Dann gehe ich ganz nach hinten, ändere das auch noch mal ab auf it. Und dann gehe ich jetzt hier auf Delete temp-file. Das heißt heißt also, dass die Wave-Datei, die er dann jedes Mal bei jeder Sprache erstellt, ist zwar immer dieselbe Datei, aber damit die nicht in dem Ordner bleibt, wird mit diesem Kommando hier diese Wave-Datei gelöscht. Und da schreiben wir auch rein it. Und somit kann ich das Ganze speichern. Und jetzt habe ich hier das Skript, dass er jetzt die Sprache in Deutsch übersetzt. Also den Text, die Audiodatei und einmal in Italienisch. Und ich sage jetzt, ich möchte noch eine dritte Sprache haben, weil wir haben hingeschrieben drei Sprachen. Kopiere ich das. Leerzeile einfügen. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Englisch. Und dann gehe ich auch wieder in die erste Zeile. Hier am Ende steht it. Das ändere ich jetzt auf Englisch um, also en. Dann gehe ich in die zweite Zeile. Hier steht auch it. Mache ich auch en. Dann ganz hinten noch mal it weg und en dazu. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr es auch wirklich an dieselbe Stelle schreibt. Also nicht mit Leerzeichen oder was, sondern es muss genau an der Stelle dann stehen, sonst funktioniert die Sache nicht. Und hier auch en. Dann speichere ich das Ganze. Und somit ist das Skript jetzt für drei Sprachen fertig. Dann kann ich wieder hier vorgehen zum Setup. Und jetzt sehen wir hier drei Sprachen. Wenn ich hier aufklick, sehen wir, jetzt ist das Skript hier deutlich länger geworden. Und ich kann es auch gleich auswählen. Ich zeige euch das jetzt. Ich habe jetzt hier die Audiodatei. Die liegt hier in der BIN. Rechte Maustaste. Speak to Text. Und dann steht hier drei Sprachen. Ich wähle das aus. Dann gehe ich in meinen Ordner rein. Und jetzt sehen wir hier, wie die drei Sprachen nacheinander generiert werden. Jetzt sind die drei Texte hinterlegt worden. DE, Italienisch und Englisch. Der einzige Wermutstropf ist, ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich das Ganze umschreibe, dass diese drei Dateien auch hier reingelegt werden in die BIN. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ist jetzt in meinen Augen auch nicht wirklich schlimm, weil es bleibt ja dort in dem Ordner, da wo die Originalaudiodatei ist. Und ich ziehe mir das einfach jetzt hier rein in die BIN und dann habe ich auch die drei Sprachen drin. Wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Das ist hier Deutsch. Wir sehen das jetzt hier. Dann nehme ich mir jetzt hier die nächste Sprache. Ich sage Italienisch und dann habe ich das Ganze hier auch nochmal in Englisch. Also das ist es jetzt so mit dem Skript. Dann gibt es natürlich noch eine Sache. Ich habe euch hier ein paar Sprachen mit in die Verschreibung reingesetzt und die Kürzel dazu, also die Kurzzeichen. Und wenn da noch Kurzzeichen fehlen, dann könnt ihr das auch ganz einfach zum Beispiel über die Google-Suche machen. Dafür geht ihr auf die Google-Seite und gebt einfach in der Suchleiste ein, zum Beispiel Kurzzeichen für Spanisch ISO. Und dann wird euch hier angezeigt nach ISO-Norm, Sprachkürzel für Spanisch ist ES. Und so könnt ihr auch weitere Sprachen dann euch raussuchen und ihr kriegt dann hier die Kürzel angezeigt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert.